Der hat CSS runterladen. Ja und wer hat jetzt gerade die Tür da geblockt, dass ich nicht reinkam? Äh, Kuso. Kuso, du Wichser, du wirst bluten, Alter. Du wirst jetzt bluten. Ja, natürlich ist er wieder Detective, Mann. Und ich krieg wieder Minus, wenn ich ihn kille, egal, was ich bin. Weißt du, Lolli, Lolli, ich vertraue ihm so. Und er sagt, ja, dass sich jemand verkemmt. Ich geh da so hin und was macht er? Ja, da war auch jemand, der sich verkemmt. Ich hab ja nicht gelogen. You died. Ey, Lukas, ich war mir so sicher, dass du es bist. Ich sag so, ich ruf sogar hinter dir, hinter dir, Alter. Das ist richtig perverse von mir. Weißt du, Lukas, ich hab erst Panik bekommen. Und ich wollte erst auf dich schießen, weil ich dachte, du schießt sofort auf mich. Dann hast du aufgehört, du schießt nicht so. Scheiße, was machst du jetzt? Ich schieß, ich schieß nie, ich schieß nur... Ich schieß nur... Ich schieß nur sofort, wenn ich Traitor bin. Jungs, ich bin bei Tolga. Als Innozent schieß ich nicht zuerst. Außer bei Kuso. Das kann ich verstehen. Ja, da schieß ich auch zuerst. Da macht man gerne mal ne Ausnahme. Hi. Oh, ich hab 50. Anne, warum ist das doch so gern? Wer auch immer Traitor ist, bitte nicht Kuso killen. Ich schmeiß jetzt ne Bombe, ich schmeiß die Bombe. Ich hab Geisel. The fuck? Danke an die Traitor, die nicht Kuso gekillt haben. Nein. Du bleibst da drin. Ah, er schießt auf mich exklusiv! Pokémon Pokémon, Pokémon. Alle helfen mir Pokémon. Wer ist es? Wer ist es? Ähm. Alles klar, okay. Beef. Das merk ich mir. Ah. Das hab ich gesehen. Das war ein Joy. Das hab ich gesehen. Wie kann man mit dem Magneten... Das ist Tolga. Wie kann man mit dem Wichser... Das ist Tolga, halt die Fresse Lukas, das ist Tolga. Ja, ist mir egal. Wie kann ich mit dem Magnetenstock einen nehmen? Ah, okay. Hab. Komm mal mit. Komm mal mit. Ach. Oh. Tut mir leid um deinen Kopf. Geh mal hier in der Gülle baden, du Wichser. Ne, 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 ne. Ach, das ist... Ach, man kann hier laufen. Ah, fuck. Ich dachte, das wär so Giftwasser. Komm, dann... Kann man auch schleudern so? Ich hab mich dann legit selber geschickt. Na komm, dann läch dich bei der Fische. Ähm. Lolli, lebst du noch? Wer lebt noch? Mag mir das einer mitteilen? Also Tolga ist es halt safe. Laut Lolli. Okay. Ne, nicht okay. Sag einfach ja oder nein. Nö. Du willst nicht antworten oder du bist es nicht? Äh. Warum schießt du ihn denn auf mich? Wer? Ja, Anne. Ach so. Du kommst raus, schießt Dreck auf mich. Alter, ich hab mich grad voll in den Armen verwechselt. Tut mir leid. Ja, weil die auch so gleich sind, oder was? Ja, ja. Ach. Wenn du nur irgendeine Mann aufkloppt und ich dachte, okay, schieß ich einfach auf den. Scheiß auf den. Okay, Lukas ist proof. Er mag mich. Du hast keine Verständse. Das mag ich auch. Moment, sollte das nicht so... Ah, hier ist noch einer. Ich geh mir grad was zum Essen um. Ah, Pokémon trailer. Nice. Ah, fuck you bitch. Ich hab's nicht getürtet Ich hab's nicht getürtet Was passiert? Der sagt einfach Erstmal ein paar Schokofresh Erstmal ein paar Schokofresh Und Joghuretten gegönnt Wieso lacht ihr immer Wenn ich nicht da bin? Weil das find ich halt echt arme Ich versteh gar nicht was passiert ist Du hast ne Fake-Life Du hast ne Boom-Buddy Die Dinger sollten verboten werden Du rennst da rein, du rennst da rein Ach wir haben noch einer Pokémon, ja ne Traitor, ja klar Junge, jetzt gönne ich mir erstmal ein paar Schokofresh Ja, schön für dich Nico hat grad mein Boom-Buddy in die Dinger Kann man überhaupt was gegen die Dinger machen? Ne, kannst du nicht Du kannst ja nachgucken Du kannst fragen wer lebt Du kannst das ja nachrechnen Allein Nico ist so schlau Ich weiß ja nicht ob du schwul bist Lukas ist am geilsten Ich schreib 100 Jahre, es ist Kuro Und was sagt Lukas? Wie kann ich immer mit Magnetusdeko Ja, aber Kuro spielt doch gar nicht mit Kuro, Tolga natürlich Ja, Nico, alle sind identifiziert Ja, was hätte ich denn machen sollen Ich hab ja gehört, dass Tolga es war Aber ich wusste ja nicht wo der war Aber dann die Aussage, ja wie kann ich jemanden hochheben Ja, weil ich halt Kuso gerade gerapet hab Ja, weil ich halt Kuso gerade gerapet hab Also Kuso rapet gut Das würde ich auch rapen Wo ist er jetzt? Er ist vorbei Also jedes Mal wenn ich jetzt Lukas sehe Weg mit dem Müll Fuck Das ist eine Drohung Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen Ja, da wird die sauer auf mir Wenn ich jetzt das gleich noch schreien Mein Geist, wenn ich dir um das Teilrenne kenne Lollgamer Ich bin hier mit zwei Leuten alleine Soll Lukas was wissen Anil, ich hab Angst vor dir Anil Hey Jungs, Lukas schießt auf mich Jo Nach Insta Lukas ist ein Traitor Ja, er war's Hier, äh, ja Hat er auf dich geschossen? Ich hab ihm natürlich Insta Insta, Insta, Insta Das Brett gegeben Sexy Ander hat mich gerade geschossen Ja, hab ich gar nicht Sexy Ander hat mich gerade geschossen Gar nicht bin ich Wer ist das hier? Ah, okay Was passiert, Alter? Das hast du nicht so sehr, ne? Hä? Äh Sexy Ander hat auf mich geschossen, oder was? Hab ich gar nicht Sicher? Ja, ganz sicher Wer ist das? Lukas, was machst du da? Alleine kann nichts passieren Ich bin, ne, ne, der wurde von hinten erschossen Der wurde von hinten erschossen Definitiv Und Und genau in dem Moment, wo er gestorben ist Ist einer an ihm vorbeigelaufen Aber ich glaub, der war das nicht Das kam von weiter weg Das sieht natürlich jetzt... Ja, da ist er absolut recht Das stimmt Er ist ein Lappen Er steht seit... Er steht zehn Jahre hinter dem gleichen Spot Und macht nichts Ey, hey, ich bin doch nicht gleich gekickt Weil mir das heißt, dass ich die fresse Oder? Ich geh offline Ich wünsche dir noch einen schönen Abend Ja, auch seid ihr noch Auf ein nächstes Mal Tschüss Tschüss Ciao Ja? Nein Wer lebt denn jetzt alles noch? Also ich lebe auf jeden Fall noch Und ich hab ihn hier Von den Wichsern gekillt Okay, Lukas, du wirst auf jeden Fall sterben Okay Lebt nur noch Kuzu Ja, und fahr dürfen Ich... Das check ich ja jetzt grad erst mal Ja Ich möchte kurz anmerken Wir können ja gar nicht verlieren Weil wir haben ja das absolute Dream Team hier Ich hab schon ausgedeuer Keine Sorge Er gibt damit zu Er gibt einfach zu, dass er Traitor ist Ja klar Ich hab auch meinen eigenen Traitor-Kollegen gekillt Um zwei andere wegzuhauen Ja Du bist... Man, Kuzu ist Shit Jetzt komm doch mal her, Alter Als ob es da jetzt was bringt Sich zu verstecken werden Alle anderen Äh... Ja komm komm auch noch mal Lass dich auch noch mal... Willst du auch noch mal vom Kuchen abfallen Ich hab ja anders Wie funktioniert das Ding hier? Äh... Linkstück einfach Aber bitte... Aber nicht auf deinen Teammate Weil ich mach jetzt mal eben YOLO Komm Ja und nicht auf mich Ne ne also... Ich will ja Kuzu... Es geht ja um Kuzu... Es ist ja persönlich schon fast... Ja... Boah ich dreh mich noch kurz rein Aber weißt du... Und... Lukas ein... Oh... Ey das war... Was war das? 720 oder so war das sogar ne? Ja ja... Pass auf so... Das wird jedes Mal funktionieren Und das geilste war... Ich dachte Ding kommt auch noch rein Der Detective kommt auch noch rein Von hinten weg Aber Annel hat sich nicht ganz reingetraut Aber dann wurde der schon von hinten gekillt Nee ich hab auch gesehen Dass ihr da irgendwelche... Komischen Dinger... Prophezeiht Alter... Ihr... Geschworene Ferie angekommen Ich dachte... Supernatural wird die nächste Staffel gedreht Vor allem... Er redet... Er redet mit mir... Im In-Game Voice-Chat Und ich... Ich drück erstmal alle Tasten um... Weil ich nicht gecheckt hab wie mein In-Game redet Mit Shift Oh nee... Irgendwann hab ich da einfach den Chat benutzt Na... Wir machen das gleiche wie eben Wir beschwören den Dämonen, Alter Okay... Machen wir was Ey Chaka... Möchtest du wieder den gleichen Spaß? Das könnte aber eigentlich ein Highlight werden Aber ich... Ich dreh mich da rein... Kann ich nicht aufstehen? Wie steh ich auf? Hey du stehst bei mir Hey lol... Bei mir hab ich den Boden gebackt Hä? Oh oh... Der macht uns Oh nee... Nee... Ich bin raus... Oh oh... Ja... Ich schau wieder ab... Ah danke... Lass mich mal jetzt raus... Ja komm raus... Lose Tauschplätze Wie viele Runden hat eigentlich so ein Game hier? Geh doch... Ey... Guck mal... Irgendwie hab ich nervt... Ja... Ich will rein... Die Leine... Ja gut... Wie komm ich hier eigentlich wieder raus? Er pisse dich... Ey... Guck mal... Siehst du was ich... Ich vertrau dir... Ich vertrau dir... Ich vertrau dir... Hallo... 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 Hä... Deine... Was soll'n das jetzt? Ja Torga... Ist jetzt... Ist jetzt nicht mehr dein Platz... Wieso bin ich jetzt jetzt... Wenn der DT den erschossen hat? Nein... Du hast irgendwie so komisch rein geaimt... Ja... Weil ich aufm DT gezielt hab... Hallo... Ja... Ich will auch mal aufm DT gezielt... Weil ich mich vielleicht frage... Natürlich... Warum der... Irgendwiegen killt... Weil er nicht auf mich hört... Und ich bete... Ach... Junge... Warst du's? Was? Hast du geschossen gerade? Nein... Wie nein? Nein... Also... Normalerweise ist ja immer der... Der der am lautesten schreit... Ist ja normalerweise der der lügt... Aber Kuso schreit halt immer... Richtig... Excusi... Ja... Wieso hast du... Zeiger geschossen? Weil ich gesagt hab... Er soll da weggehen... Und ich denke... Wenn er nicht auf mich gehört hat... Hallo... Ich käme da... Geil... Ich war mal Detective... Nein... Einfach Leute geben... Okay... Merkt ihr... Sinn und so... Komm zu mir und sag... Geh weg... Ich bin Detective... Ich kann machen was ich will... Irgendeiner wollte gerade... Ingame chatten... Ah... Jetzt hab ich die Tasse gefunden... Hallo... 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 Elo... Lol... Ich komm rein... Auf einmal gehen drei Türen auf... Lukas... Für Traitors ist aber Schiff... Ey Lukas... Was geht? Ne... Auf... Auf Schiff hab ich's nie... Also langsam laufen... Hier sind drei Leute drin... Alter... Ja... Jungs... Ja... Warum nicht hier ne Leiche? Ach... Nice... Ja... Da muss es auch Lukas sein... Lukas ist es... Pfff... Ja... Los da! Pfff... 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 Wuss ich's doch... Kuzu der Pixer... Boah Kuzu statt du mich wiederblebst du kleine Miskum... Hp... Hp... Ja... Und wenn du nur Kala hast, dann wirst du schön gebannt... Wollt ich dich wieder? Hp! Ja, der Tag, an dem ich dich wiederbelebe, Alter, ist noch weit in der Früge. Kuzu, du willst dir machen eine Fake-Lechle, die legen sollen, Alter. Oh, ja, Jungs, so, jetzt, nee, du hältst die Fresse, so, Jungs. Ich weiß, Tolga, ist es, Tolga, ist es, ha, 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 ich hab's an seinem Move mitgesehen. Also, Jungs, da schläft schon jemand. Kein Scheiß, kein Scheiß, kein Scheiß, ich schwör auf alles. Hallo! Ich hab den mit Krowa weggehauen, er ist Traitor. Ja, verpiss dich, geh weg, Alter. Das ist meine Leiche, Alter, das sind meine Punkte. Hallo, drei, zwei, eins. Kuzu, ich hab dein Scheiß Leben gerettet, weil der hat da rumgestanden auf dich geämmt. Kuzu, du gehst raus, Kuzu, du gehst raus. Was? Gehst hier raus. Du auch! Oh, 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 oh. Lukas, schieß auf ihn. Lukas, schieß auf ihn. Er hat mal ne Waffel gegeben. Aber Tolga, ich bin mir relativ sicher, dass es Tolga auch ist. Aber er hat da noch nen Gräuel gegen jemand anderen. Darf ich kurz da reingehen und schläft dich von dir? Nein, darfst du nicht, du bist tot, wenn du reinkommst. Tolga soll erstmal sein persönliches Problem mit jemand anderem klären. Luka, das war echt nicht geil von dir, Alter. Wirklich richtig unehrend. Ist auch nicht geil von dir, dass du jetzt gerade redest, obwohl du tot bist. Ist mir egal, Alter. Pass raus, Lukas. Ich zeig dir mal eine witzige Seite, Luka. Ich hab nur Kuzu beschützt. Lull? Hey, da steckt einer an der Wand. Moment. Okay, Annel ist es. Annel ist es. Ich hab mich in die Wand gepackt. Hör mir doch erstmal zu. Moment. Ja, wenn ich Annel sehe und er aimt auf dich und du steckst auf einmal an der Wand. Hä? Ich hab ihn weggebrochen. Der steckt über dir an der Wand. Hör mir doch mal zu. Ich hab einen Teleportgang gehabt. Da oben. Da oben ist er doch. Darf ich jetzt mal reden? Junge, ist doch scheißegal. Wir wissen, dass irgendwer einer followed oder so. Danke. Ich kann's gar nicht sehen. Also, pass mal auf, Jungs. Ich hab einen Teleportgang gehabt und ich wollte mit Annel den Platz tauschen. Annel? Ja, und jetzt verschwendest du dein Leben, Jas? Nein, pass auf. Das Ding ist, das Game hat das nicht geheilt und hab mich aber in die Wand gesteckt. Ja, das ist gar nicht. Das hätt ich auch schon so gecheckt. Und jetzt ist hier die Tür weg? Warte, kann ich dich nicht rausholen? Widerbelebung. Ey, weißt du, Kuzu, was ist dein Problem? Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Ich stecke in der scheiß Wand, du abkommst. Unnö. Ne. Ich bin raus, Alter. Ich hab kein Bock mehr. Danke, Arschloch. Annel, bist du tot? Guck jetzt in den Stream. Lächerlich. Nie mehr mit Annel. Ich seh nichts. Bin einfach tot. Guck jetzt rein. Guck einfach rein. Ich rede jetzt einfach. Ist mir scheiße. Ich hab die Tür gepostet. Ich seh ihn. Einpixeln. Ich bin sofort tot. Ah, ich hab's eine Sekunde zu spät bekommen. Ich werde Kuzu ab jetzt nur noch töten. Ich hab die Tür teleportiert. Ja, das wollen wir mal nicht spielen, Lukas. Was ist das denn? Ey, das ist doch frech mit Annel. Ich wollte Annel teleportieren und landen in der Wand, wenn ich die Tür getroffen habe. Ja, und dadurch ist die Tür weggegangen. Irgendwie. Ja, ich hab mit der Tür Platz getauscht. Und deswegen... Ach, deswegen war da auch so ein Holzbrett auf einmal hinterwand. Ja. Das hab ich erst gereiht, als ich den Stream gesehen habe. Lukas. Ja, wollen wir jetzt Countess wegzocken? Nein, bitte. Ennis. Hä? Das nächste Mal warte, bis ich den gekillt habe. Ich wusste, dass es Ennis ist der 6er, Junge. Ja, aber ich wusste, dass es Ennis ist der 6er, Junge. Ich wusste, dass es Ennis ist der 6er, Junge. Dann, dann darfst du mich ruhig dreimal von hinten schießen. Vor allem, Ennis fliegt bei mir durchs Bild an der Tür vorbei. Ich bin sofort tot. Ich... Also selbst wenn ich... Kenny erstmal hätte ich nicht reagieren können. Hey, das ist auch... Ich verstehe nicht, dass wenn Ennis hier so gute Reaktionszeiten hat. Und so Kontess schreckt, der malt erst noch ein Bild von den Gästen, bevor er schießt, Junge. Hey, das stimmt übrigens gar nicht mehr mit meiner Reaktion, Anne. Okay, jetzt mal zwei Bilder, ja? Ja, jetzt mal mittlerweile schneller. Oh ne, ich random kill jetzt einfach nur noch Q, ne? Ich fokussiere mich jetzt so... Ja, das was dann auch richtig... Das was dann auch richtig fun. Und du willst weiter Gary's Mod spielen, Alter? Ja, ich hab... Ich bin Cisco gebannt, Alter. Ja, natürlich bist du Cisco gebannt, Alter. Ich random kill 100% Schiemann. Ja, wenn man... Wenn man... Wenn man halt gebannt hat... Wenn man hackt... Easy. Oh Mann, Alter. Ey, aber jetzt bitte einfach nicht durchgehen irgendeinen Scheiß-Laber, weil dann... Ja, so wie Köln so, Alter. Dann nimm dir dann mein Bölkstüder dran. Ja, so als würden wir hier Major Finals in G-Bot gewinnen, Alter. Ihr hört die Calls nicht. Ja, mach nix voll. Ja, mach nix voll. Mach nix voll. Ja, wir... Wir kommen gleich die ganze Zeit da... Der und der ist Fretter. Ihr hört dann... Nach 10 Minuten... Ach, guck mal, der ist der Traitor. Der Köln ist ja gerade hoch. Digga, was haben die denn für'n Kaktus auf'n Kopf, Alter? Ey, Cuso, ist doch nur ein Spiel. Das ist doch... Der Schief ist ja mal sold, Alter. Ey, Cuso, ist doch nur ein Spiel. Ja, Hanno, das ist noch gar nichts bei dir, Alter. Wer ist... Warte mal, wer ist nochmal Niko? Text die Hanno. Ja, der ist schon weg, oder? Der hat mir auf Teamspeak geschrieben, Help. Hä? Warum? Er wohnt überfallen oder so. Oh, moin, würdest du auch mal... Würdest du auch mal Star Wars Roleplay spielen? Ich hab... Was? Welcher TTT-Server ist das? Das ist hier... Privatserver von dem einen hier? Ey, sorry, dass ich hier den Chat nicht... Sorry, dass ich hier den... Meine Mods müssen auch hier den Chat mal hier ein bisschen... Kann ich nicht. Ich hab drei im Bildschirm. Ich hab drei, aber ich stalte die mal so ein Zocken aus. Oh, meine Mods muss der machen. Ähm, jedenfalls... Star Wars App hier, ja, keine Ahnung, wie und wo und was. Keine Ahnung. Ey, Lukas, ich regel den Chat doch. Ja, gut, gut. Haha, Tipp. Schreuen, würdest du auch mal. Und... Irgendwer hat noch mal... Irgendwer hat noch gefollowed. Danke dafür. Ach, ich sag, der weiße Toxic Kangaroo TV. Der Typ ist im Roleplayen richtig mies. Also das kannst du knicken. Oh, Kai, wenn... Er spielte streizen. Ja, Freeze... Freeze Never Dies has followed, älter. Krasser Typ. Ist das einer von euch, nenne? Ist das einer von euch, nenne? Ja, Freeze... Ja, weiß ich nicht. Was ist? Kick einfach ohne... Freeze... Freeze Never Dies hat gefollowed, älter. Ist keiner von euch, oder? Weiß ich nicht. Ich kann nicht joinen, die... Sorry, Jungs, jetzt... Jetzt ist es raus. Pavi betrübt uns. Der ist auf einem anderen Teamsweg. Oh, der ist Pavi. Ja, frech. Ich glaub, wir sollten noch mal raiden. Die ganze Zeit. Ich war ihm zu viele Leute, hat er mir geschrieben. Hat jemand die TS IP? Ja, willst du sie haben? Ja, ich glaub, ich... Ich join da mal eben rein. Gott, ich hab was einfach... Wir stellen mich mal kurz weg, warte mal. Warte mich? War er nicht gerade hier? Ja. Bin ich später, bin ich hier, bin ich auch später sehr gerne hier. Ja, hallo, Fabi. Kale, Kale, mein Knubbel. Hallo, hallo, Lukas. Wie gesagt, wir sind hier grad ein bisschen zu viele Leute. Ja, ja, genau. Nein, Fabi. Nur ich halt. Moin, Kai. Lange nicht gehört, was geht? Moin, Moin. So, Lukas, äh... Fabi, die vermissen sich alle. Ja, guck mal. Wir vermissen sich so sehr und du... Ich geh mal kurz einkaufen. Ich geh kurz Zigaretten holen, kommst nie wieder. Wer denn, Kai? Ja. Ich muss noch kurz was klären. Der ist wie der Sound bietet. Nee, Kale ist immer für alle zwei Wochen, für zwei Wochen im Urlaub so. Der gönnt sich einfach. Und dieser Spruch, der wird einfach nicht alt. Ich kann nicht mehr joinen. Ich map wahrscheinlich nicht. Wer kann nicht joinen. Meine Map ist auch anders. Ich kann auch nicht joinen. Ich werd angestupst. Und wer, wer... Hilfe, okay, okay. Jungs, was ist Torn of Salem? Ich hab das Spiel noch nie gehört. Torn of Salem. Ey, kannst du mal springen mit da oder dich ducken? Wie kommst du da drauf? Was, wenn nicht? Spring, ducken, irgendwas. Ah, danke. Danke, geht ja. Bitte schön. Ähm, ne, sie...